Ich freue mich so sehr darüber, dass du hier bist. Mein Name ist Nicole und ich möchte dir in diesem Video meinen Overlock Online Kurs Kleidung nähen mit der Ovi mal ganz genau vorstellen. In diesem Kurs nähen wir, wie der Name es bereits verrät, sechs wunderschöne Kleidungsstücke nur mit deiner Overlock. Viele wissen natürlich, dass die Overlock in der Regel ein Zusatz zur normalen Nähmaschine ist, einfach weil man mit ihr vor allen Dingen an den Stoffrändern arbeitet. Was viele aber nicht wissen ist, dass man mit ihr tatsächlich auch ganze Kleidungsstücke nähen kann und das in der Hälfte der Zeit. Die Overlock bringt hier unglaublich viele Vorteile mit sich, einfach weil sie ja unglaublich effizient arbeitet und weil ihre Nähte nicht nur dehnbar und strapazierfähig sind, sondern auch unglaublich professionell aussehen. Also wenn ich zu Hause ein Kleidungsstück mit meiner Overlock nähe, dann sieht man eigentlich gar nicht den Unterschied, ob ich das jetzt selbst genäht habe oder in einer Boutique gekauft habe. Die Ovi hat unglaublich tolle Techniken beim Kleidung nähen. Wir nähen beispielsweise in diesem Kurs ganz viele verschiedene Rollsäume. Hier kannst du glatte Rollsäume sehen, die wir im Kurs nähen. Wir nähen aber auch Wellensäume, wie du hier beispielsweise an diesem Jersey Shirt sehen kannst, das wir im Kurs nähen. Wir arbeiten dabei auch mit dekorativen Garnen und du lernst ganz viel zu dem Thema. Wir nähen andere Säume, wie beispielsweise falsche Bündchen an diesem Kleid hier. Wir nähen falsche Bündchen mit der Flachnaht, um gleich direkt auch wunderschöne Deko-Effekte zu erzielen, wie du das hier an diesem Jersey Shirt sehen kannst, das wir im Kurs nähen. Wir nähen Kragen mit der Overlock, Träger, Gürtel, also wirklich die unterschiedlichsten Techniken. Und du lernst diese Techniken hier einmal im Kurs und kannst sie dann in der Zukunft immer wieder an sämtlichen Kleidungsstücken, die du zu Hause nähst anwenden. Hier siehst du die Kleidungsstücke, die wir im Kurs nähen. Wir arbeiten dabei mit ganz unterschiedlichen Materialien, denn die Overlock eignet sich einfach ganz wunderbar für dehnbare Materialien, aber auch für feine Materialien, für dickere Materialien und du lernst einfach alles, was du dabei beachten musst. Neben diesen ganzen Overlock-Techniken machen wir auch alle Schnittmuster selbst. Das bedeutet, du lernst auch verschiedene Techniken für das Kreieren von eigenen Schnittmustern und im Allgemeinen bringst du einfach dein Wissen im Nähen von Kleidung auf ein ganz neues Level. Weil ich zu 100 Prozent hinter diesem Kurs und deinem Erfolg mit ihm stehe, bekommst du von mir ein 30-tägiges Rückgaberecht. Das bedeutet, du kannst diesen Kurs vollkommen risikofrei testen und wenn er dir nichts zusagt, einfach zurückgeben. Und ich würde mich einfach von Herzen freuen, wenn du mit dabei bist. Und dieser Kurs ist unglaublich praxisnah kreiert. Das bedeutet, du kannst ihn kaufen und direkt mit deiner Overlock loslegen und direkt mit mir mitnähen. Ich bedanke mich von Herzen bei dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Und wie bereits gesagt, würde ich mich unendlich darüber freuen, wenn du bei Kleidung Nen mit der Ovi mit dabei bist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020